Moin zusammen, heute bin ich mal in Blankenese gefahren, einer der westlichen Vororte von Hamburg, der einfach schön ist, kann man ja das sagen, also gefällt mir sehr gut. Das eigentliche Thema heute ist aber nicht Blankenese, sondern diese Teile hier am Ufer. Die stehen da überall rum und nicht nur in Blankenese, sondern am gesamten Elbufer und nicht nur am Elbufer, sondern auch an der Weser, überall. Das wirft schon die Frage auf, warum sind die da und wofür? Und genau das werden wir uns heute mal angucken. Außerdem sieht er auch nichts in meinen Videos ohne ein Schiff. Ein schönes Schiff dabei ist ein etwas älteres Modell, 1914 schon gebaut, in Brandenburg an der Havel. Ist nur 60 Meter lang und 6,40 Meter breit, also war, als er gebaut wurde. Aber es passt genau zu diesem Video. Okay, ich muss zugeben, dass Uwe nicht mehr in Bestform ist, da haben wir ihn. Um unser heutiges Video zu illustrieren, ist aber allemal ausreichend. So, also, los geht's. Kleiner Disclaimer dazu, das hier ersetzt keinerlei professionelle Unterweisung in einer Jagdschule, sondern es ist einfach nur, um mal kurz zu erklären, worum es eigentlich geht. So, diese Zeichen sind im Prinzip Verkehrszeichen. Ich vergleiche das mal so ein bisschen mit dem Straßenverkehr, weil das die ganze Sache so ein bisschen leichter verständlich macht. Im Prinzip sind diese Teile Warnschilder. Die warnen also vor einer Gefahr. Nun funktionieren die allerdings vollkommen anders als am Straßenverkehr. Die sogenannten Kardinalzeichen, wie sie heißen, haben oben auf der Spitze immer zwei Dreiecke. Immer. Definitiv. So, dadurch, dass da immer zwei von diesen Dreiecken sind, kann man die verschiedenen Antworten nennen. Zum Beispiel Spitze zu Spitze, oder stumpfe Seite zu stumpfe Seite, oder beide Spitzen nach unten, beide nach oben. Je nachdem. Und um zu verstehen, was das dann für einen Sinn ergibt, muss man uns erstmal die grundsätzliche Funktionsweise angucken. Und zwar nicht dieser Zeichen speziell, sondern das ist so eine Sache, die auf Seemissan anders läuft als im Straßenverkehr. Wenn ihr im Straßenverkehr auf eine Stelle zufahrt, wo vor irgendwas gewarnt wird, Baustelle oder so, dann kommt ihr da angefahren und dann ist hinter dem Schild meinetwegen die Baustelle. Oder der Zebrastreifen, oder, oder, oder. Aber es ist immer so, wenn man ankommt, dann ist das Zeichen vor der Gefahr, vor dem, wovor gewarnt wird. Das funktioniert auf dem Wasser nicht gut, weil man sich meistens aus mehreren Richtungen annähern kann, zum Beispiel. Also, machen wir das so, dass man sagt, wir haben diese Kardinalzeichen in vier verschiedenen Geschmacksrichtungen, Norden, Süden, Westen, Osten. Und jeweils am entsprechenden Rand der Gefahr steht dann so ein Zeichen. Gucken wir uns das mal auf der Seekarte an. Da haben wir also unseren Uwe in der Seekarte eingezeichnet und da drin steckt dieser Spieß mit zwei Dreiecken, die jeweils nach unten zeigen. Wenn die beide nach unten zeigen, dann heißt das, das ist das südliche Ende einer Gefahr. So, um das zu interpretieren, muss man natürlich, wenn es nur Norden ist. Auf der Karte ist das immer oben. Und wenn man gar nicht weiß, wo Norden ist, dann muss man sich halt einen Kompass zur Hand nehmen. Aber was wir hier auf jeden Fall sehen ist, das Zeichen steht am südlichen Ende der Gefahr. Also müssen wir das noch weiter südlich passieren und dann kann uns nichts passieren. Links und rechts davon, diese Striche da und da sind auch nochmal wieder diese Dreiecke. Das sind sogenannte Buhnen. Also da wagen Steine aufgeschichtet ins Wasser. Und diese Zeichen stehen am Ende der Buhne. Und ebenso wie dieses Wrack müssen die dann südlich passiert werden. Dann kann auch nichts schief gehen. Wenn man da nördlich dran vorbeirauscht, dann kracht es. Das ist jetzt natürlich hier relativ transparent, weil alles aus dem Wasser guckt. Aber ihr müsst davon ausgehen, dass man diese Zeichen auch, ich will nicht nur sagen, auf hoher See findet, aber auch mal, wo man sie nicht sehen kann. Bei Hochwasser ist von der Buhne nichts zu sehen, außer dieses Zeichen. Von Uwe ist da noch nämlich viel zu sehen, außer diesen Kardinalzeichen. Und man könnte ja, wenn da jetzt viel mehr Wasser drüber rum wäre, auch aus einer anderen Richtung kommen. Denn würde jetzt zu uns hin, also Richtung Stand, wo da die Gefahr zu Ende ist, würde dann so ein Kardinalzeichen stehen mit zwei Dreiecken, die nach oben zeigen. Also im ersten Moment klingt das ein bisschen abstrakt, aber wenn man einmal kurz drüber nachdenkt, dann ist es schon logisch. Ihr müsst euch, wie gesagt, nur vorstellen, da ist nichts außer diesem Zeichen. Und dann müsst ihr noch wissen, wo Norden ist, aus welcher Richtung ihr euch annähert, und dann wird das Ganze transparent. Als Autophorer wird man sich jetzt denken, oh, was ist das denn alles, mit viel zu bedenken. Ja und nein. Wenn man gut vorbereitet ist, kommt so ein Schild nicht überraschend, das ist die eine Sache, und man weiß eigentlich prinzipiell sowieso, in welche Richtung man fährt, also wie viel Grad auf dem Kompass und wo Norden ist, sollte man zumindest wissen. Und dann ist das Ganze auch relativ easy. So, dann lassen wir mal kurz einen Moment sacken und gucken uns an, wieso Uwe eigentlich diese merkwürdige Parkposition erreicht hat. Ich habe dazu gar noch den Untersuchungsbericht gefunden, insofern kann ich nur das wiedergeben, was man sich allgemein so zurechtgoogeln kann. Folgendes ist passiert. Auf der Elbe war Schiedwetter, Nebel, und zwar wirklich dicker Nebel. Und Nebel auf dem Wasser ist schon ein Problem, auch anders als im Straßenverkehr, weil die Reaktionszeiten halt viel, viel länger sind. Also wenn man beim Auto irgendwie sieht, da kommt was, kann man mal schnell auf die Bremse steigen. Das geht mit dem Schiff nicht, egal wie groß. So, was da passiert ist, es fuhr ein Frachtschiff die Elbe runter. Es kam ein anderes Frachtschiff, die Elbe rauf. Das Frachtschiff, das die Elbe rauf kam, hat den, der die Elbe runtergefahren ist und gerade Uwe überholte, gerammt. Dadurch ist er abgelenkt worden von seinem Kurs und einfach quer über Uwe rüber gefahren. Das hat ihn in zwei Teile zerlegt. Ja, das Ganze ist im Bezirma 1975 passiert, bei mit Sicherheit sehr geringer Wassertemperatur. Trotzdem nur ein Tod dazu beklagen. Also, schlimm, aber es hätte sicher kommen können. Naja, so, ich bedanke mich fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche dann allen noch ein schönes Restwochenmünder. Bis zum nächsten Mal, voll am Voraus. Bis zum nächsten Mal.